Herzlich Willkommen zurück bei QA4 So, die letzte Folge war ja wirklich recht kurz ähm das lasse ich dann aber auch einfach mal so die ist dann jetzt halt 10 Minuten oder so war die nur das ist dann jetzt eben halt mal eine Folge so, ich muss nicht gleich, ich muss gleich lesen, scheiße nicht gut, warte, ich darf nur hin, einmal ja, ich muss eindeutig gleich lesen ich hasse das mhm, hör auf damit mhm, hör auf zu, mhm, kann wieder mal so, da kommen nicht durch komm ich hier noch durch? nein oh man oh man, oh man, oh man, oh man 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 Oh, Mann. Sag mal, hast du gewillt? Alter, ich hab grad fast einen Herzinfarkt gekriegt. Mann. Spiel, lass diesen Scheiß. Das ist nicht lustig. Gar nicht lustig. Du bist auch ein Hammer, Mann, ne? So, Waffe leer. Nachladen. Bam, Magazin weg. Zack, Waffe mitnehmen. In der Nase kratzen, weiter geht's. Hier kommen wir wieder rein. Los, lass mich da nochmal... Mann. Oh. Äh, oh yeah. Warte mal. Hat nur noch ein Magazin, ne? Ich verballer, das geht so dann. So. Ich möchte jetzt nämlich ganz gerne die hier droppen. So, und stattdessen lieber die mitnehmen. Packen wir schnell auf Slot 2. Oh yeah. Und überspeichern wir da noch einmal. So. Auch keine Munition mehr hier drin. Ne, raus kommen wir hier. Hier kommen wir raus. So, eine wunderschöne M16 haben wir jetzt. Oder M4. Warte. Steht da nicht. Warte doch. Eine AR-15. Für mich ist es aber eine M16 oder eine M4. Ich weiß nicht mehr genau, was da der Unterschied war. Ich glaub bei... Der M4 hat die Einzelschuss und die M16 hat... So ein Dreier-Schuss. Ich glaub so war das. Das war der Unterschied bei denen. Spritze. Kann ich nie mitnehmen. Ich will mich da manchmal haken das ein bisschen. Oder ich kann es dann... Oder die sind tatsächlich voll. Dann lass ich sie doch einfach mal liegen. Das lass ich da jetzt auch einfach mal schnell liegen. Da waren wir schon. Denn ich fühl mich hier grad nicht so sicher. Wie ich vielleicht eigentlich sollte. Und dann müssen wir auch noch nach unten. Oh, leck mich doch. Oh, ich hasse sowas ja, ne. Mit so vielen Häusern, mit so vielen Ecken. Oh, Gott, ey. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Hier haben wir einen Notausgang. Na klar, der ist natürlich offen. Alter. Geh doch mal drauf. Aber diese Weiber. You're unlocked it. Ich geh aber erstmal nochmal weiter durch. Ich möcht hier nochmal. Ah, warte, da kommen wir her. Stopp. Ich möcht da nämlich nochmal gucken. Da, falls wir da was übersehen haben. Und dann geh ich nochmal nach oben, hol nochmal schnell die Spritze. Ne? Und so. So. Zack. Hallo. Nachladen. Genau. So. Dann gehen wir nochmal nach oben. Und besorgen nochmal eben schnell die Spritze, die wir hier hatten. Wo war das? War das hier? Ne. Dann war das ein Hör. Ja. Genau. Dann war es nämlich noch ein Hör. Oh Gott, ich hätte die Spritze vielleicht vorher. Ne. Hä? Ich find das nicht immer. Aber da ging's ja auch außerdem. Egal jetzt. Scheiß doch mal drauf. Darauf geschissen. So. Es ging hier. Noch einen Stock tiefer. The door won't watch. Kommen wir auch nochmal lang? Warte. Ah, nee. Ah. Hier war das momentan. Ja, genau. Hier war das. Gut. Dann geht's hier noch einen Stock tiefer. Uh. Wo ist das denn? Moment, sorry. Jetzt geht's aber los hier. Scheiße. Ist ja eh leer. Ich kann's nicht droppen, aber klappt. Ja, gut, das dropp ich dann mal eben schnell. Dann dropp ich mal kurz die Sniper. Zack. Kombi. Mach ich doch genau. Das geht auch jetzt hier. Mit der Pistole zu kombinieren. Kann sie hier mit Y-Don oder so? Genau hier. So, da können wir hier mit Y-Don nämlich. Zack. Licht an- und ausschalten. Da haben wir nämlich Licht an der Waffe. So. Hierdurch war der Notausgang. Dann nehmen wir den jetzt nämlich auch. Ach, hier waren wir auch überall schon. Das ist ja dann... ...nicht so schön schlau, das alles nochmal zu machen. Und so. Zack. So, als Entschädigung, dass die letzte Folge so kurz war, mache ich die jetzt natürlich auch ein bisschen länger. Nö. Dann überziehe ich hier jetzt eben halt mal ein bisschen. Fußspuren zu dieser Tür. Die Dau ist lockt. Wow. Alter. Übertreib mich. Junge, übertreib mich. Die Dau ist lockt. Okay. Jetzt kommen wir aber auch wieder von überall Viecher. Das Auto stand davor ja auch nicht. Ach, hier sind wir wieder. Oh. Ähm. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Gut, das heißt, wir müssen ja auch mal einen Schlüssel suchen. Und ich befürchte... ...dann wir dafür nochmal hier rein müssen. Und den Schlüssel suchen müssen. Ne? Das würde ich sagen, ist eine Tatsache. Keine schöne, aber es ist eine. Oh Gott, dann gehen wir nochmal hier runter. Ach so, das war die. Gut, dann ist es im Keller schon mal nicht. Hier waren wir eben. Dann durchsuche ich jetzt nochmal den Stock hier. Ach nee, hier ist der Notausgangsstock. Mal gucken wir nochmal ganz oben. Gut, dann lade ich einmal nach. Und nimmst du dessen dann das hier mit. Das volle Magazin. Ne? Ne? So, hier haben wir die Spritze. Dann können wir mal eben... ...hier oben. Ich will... ...uns mal eben eine Spritze reinjagen. Und die dann nämlich auch mitnehmen. So, Licht wieder an, ne? Das ist klar. Aber irgendwie ist hier nix. Wieso nicht? Hier müsste doch irgendwo noch was... ...schönes sein. Wir haben jetzt hier schon diesen Adapter drin gefunden. Ne, da... ...oder? Ist das hier durch? Ne, hier ist ja hier. Hier ist ja nur das. Da kamen wir ja hier. So. Dann gehen wir noch... Ah nee, oben waren wir ja gerade. Ne, ganz rum sind wir ja jetzt eben gekommen. Dann muss hier ja noch was sein. Ist es aber nicht. Hä? Ich glaube, das Spiel eher... ...gott nicht. So, da ist der Ausgang. Hier ist die Flare. Okay, dann muss ich irgendwas vergessen haben, aber... ...Follow the Doctor. Ist unser aktuelles Missionsziel. Wo ist jetzt... Ah, hier lang. Dann gehen wir noch mal kurz raus. Aha, hier sind wir ja auch noch, ne? Ist hier sonst noch echt noch irgendwas? Ne, hier ist echt gar nichts. Aber ganz ehrlich... Irgendwie... So, hier links ist dann... ...Notausgang. Aber da muss das ja irgendwo draußen liegen, ne? Und jetzt ist die Frage, wo das liegt. Also... ...die gehen jetzt sonst ja wieder einfach nur noch zurück, ne? Das lohnt ja irgendwie an... ...irgendwie nicht. Oder? Außer, dass wir ja vielleicht irgendwo nochmal speichern können. Genau. So, dann speichere ich hier nochmal eben schnell. Ähm... Okay. Das ist ja jetzt natürlich ein bisschen blöd, ne? Wo kriegen wir jetzt den Schlüssel für diese Tür her? Hier überall ja nicht, ne? Verschlossen. Da war dat, da war dat. Haaah... Gut. Hier, hier war ja... ...der door's locked. Aber hier, what? Halt nur... Ne. Ja, wir haben gar nichts. Ja, das ist ja jetzt blöd, ne? So leicht. Blöd ist dat ja jetzt schon. Jetzt irre ich hier rum. Äh... Auf der Suche nach einem Teil, das vielleicht doch gar nicht hier ist, ne? Das wäre natürlich jetzt schön. Dann wäre es irgendwie ja nicht, aber... Es ist ja eigentlich nur ein Schlüssel. Aber wo ist dieser Schlüssel? Wo hat man den versteckt? Vielleicht liegt der am Bus. Ist das möglich? Könnte dies sein. Was haben wir hier hinten denn? Hm... Hier ist aber überall gar nichts. Ey, das geht doch nochmal wieder... ...mal wieder durch. So, hier ist wieder nur das. Stifte, bla bla bla. Das suche ich aber alles gar nicht. Hm... Hier war... ...jetzt was. Ich gehe nochmal schnell hier zurück in die U-Bahn. Ach, warte mal. Da waren wir ja auch noch nicht, ne? Was ist das denn jetzt für ein Clown? Was? Was seid ihr denn für ein paar Clowns? Nerv mich nicht. Boah, was seid ihr denn hier für Clowns? Wollt ihr mich verarschen? Du geh mal ganz schnell weg. Alter. Nerv mich nicht. Was seid ihr denn für Clowns? Ha, ihr seid ja lustig, ihr drei. Ha. Boah, muss man bei euch lachen. Wenn wenigstens schon mal einer draufgehen. Ja, einer ist down. Sehr gut. Einer ist schon mal down. Ja. Boah, seid ihr lustig. Ha. Ja, Nummer zwei. Oh, und Nummer drei. Boah, seid ihr lustig, Leute. Ha, seid ihr witzig. Komm, einfach drei von euch. Ja, moin erstmal. Hallo. Erstmal immer Hallo sagen. Ne, nett sein und Hallo sagen, hab ich gesagt. Mann. Erstmal nachladen. Ich bin ja gerade erbärmlich schlecht am Treffen. Hallo? Geh doch mal drauf. Was ist hier? Ja. Alter. Junge. Hört doch mal auf mit dem Scheiß. Im Ernst. Ich hab da... Nein. So, haben wir hier. Hier ist auch noch ein Park. Ich hasse ja Parks, ne? So, der ist weg. Ach, hier sind wieder Grabungsviecher. Nur, wir haben noch keinen. Hä? Geh ich erstmal nach unten? Geh doch mal drauf. Bam. Machen wir das halt so? Machen wir halt kurzen Prozess. Aber, wie es weiter geht, ist hier jemanden. Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play, oder vier bis zum nächsten Mal. Ciao. Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020